Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche.